Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Portal-Story Smell. In der letzten Folge tappe ich ja immer schön raus, nachdem ich eine Aufnahme gemacht habe, um den Endfreeden aufzunehmen. Und naja, irgendwie hat sich mein Spiel da beendet. Ist nicht weiter schlimm. Der hat ja unmittelbar davor gespeichert gehabt, sodass ich einfach neu laden konnte. Aber ist trotzdem komisch, muss ich sagen. Und vor allem ohne Fehlermeldung und alles beendet. Einfach, ich tappe raus, nehme meine Endscreen-Aufnahme auf, speichere das, wie wir ins Spiel reingehen und merke unten in der Taskleiste. Oh, ist gar nicht mehr da. So ein Scheiß. Naja. So, wir gehen jetzt hier weiter in dieser Endzeit-Stimmung. Achtung, ein bisschen apokalyptisch. Achtung, dieses Zeigen ist radioaktiv. Und damit heißt es wahrscheinlich nicht, dass dieses Zeigen Radioaktivität meint, sondern wer weiß. So, und das ist auch ein wichtiger Ratschlag und auch fürs wahre Leben. Achtung, im Falle von Überflutung soll man Lufttaschen suchen. Na. Außer man hat ein Sauerstoffgerät dabei, dann braucht man das nicht. Okay. Bad News. When the pub station blew, the floodgates opened up wide. Toxic goose rising fast. The sensors maxed out ages ago. Warning lights going crazy all around. This just got a lot more serious. Ich muss jetzt hier auf Kisten springen, oder was? Ah, sieht so aus. Na ja. Ich muss eben noch ein paar Kisten dran machen. So, jetzt muss es da gehen. Zack. Glückweise lange die Kisten dort. Glückweise habe ich keinen Crew behauptet, dazu zu trümmern. All right. We are at quality control center 95 D. Only a bit further and you'll be had to hatch up to me. Hurry. I'll try to slow the good down a bit. Quality control. Kommt Blurfe raus. Kann man ja mal mitnehmen. Blurfe kann man immer gebrauchen. Oh. Great. Another block corridor. Hm. Hier. The door won't open from this side. Maybe there's some other way around or something. Da oben ist noch eine... Eine Tür. Da oben ist ja eigentlich nie. Das Ding an. So. Können wir hier irgendwie... Da drüben vielleicht hoch. So, muss mal auf. Okay. Ich muss mal einen neuen Würfel holen kurz. Ich denke, den brauche ich nochmal. Okay. So. Nehmen wir mal mit. Aha. Okay. Was ist denn los? No, Mel. Why don't you... Take your time. Look around here. I'll try to slow the rising good down. A little bit harder, I guess. Just... Don't take all day. Great job, Mel. You're on the other side of that door now. Yes. Very good. Okay. Was bringt mir das? Will ich auch springen? Shit. Okay. Das war also sinnlos. Ich brauche den Würfel. Und zwar im nicht... Äh... Im nicht beschmierten Zustand. Also ab. Jetzt, wo ich die Tür offen habe. Kann ich aber einfach so rausgehen. Oh, hier gibt es Clipping-Feder. Seht ihr? Da ist natürlich nicht schön. So. Nenn mich Gott Freeman. Der klettert ja hin und wieder mal durch Lüftungsschächte. Interessanterweise, die Lüftungsschächte in solchen Spielen sind auch immer so groß, ne? Wann habt ihr schon mal solche riesen Lüftungsschächte gesehen, wo man als Mensch durchkrabbeln kann? Ne? Alleine bei uns im Haus sind ja auch Lüftungsschächte. Wir haben so eine schöne zentrale Lüftung. Ähm... Oh, da kommt kaum eine... Da kommt kaum eine Ratte durch. Naja, gut. Eine Ratte würde durchpassen, aber... Auf jeden Fall ein Mensch. Locked? Äh... Back in the day, the wiring was a bit strange sometimes. Try turning some machinery on. See if that also unlocks the doors. Hier oben ist ein Schalter. Kann man mal drücken. Gelpressure. Sehr schön. Wir haben Gel. Wow. That actually worked. I mean, great. Na gut. Was gibt's hier? Propulsion Gel. Was? Now that's speedy science. Na, nun ist es schnelle Wissenschaft. So... So... Then know you're serious. Know your time travel paradoxes. Always avoid future self, your father, past self und Hitler. Also sozusagen, deine... Kenne deine Serie. Oder die kenne deine Serie. Äh... Kenne deine Zeitreise-Paradoxen. Ähm... Avoid... Was heißt... Avoid... Verhindern? Scheiße! Ich komme gerade nicht auf den deutschen Begriff von Avoid. Ich weiß natürlich, was es heißt und was es bedeutet. Aber... Ähm... Ähm... Meiden. Meiden. Meide immer dein zukünftiges Selbst, dein Vater, dein... Äh... Ein Zeit-Paradoxen sein soll. Ähm... Haben wir hier schon wieder... Ach, da oben ist Feuer. Okay. Hier ist Feuer. Ja, warum Hitler ein Zeit-Paradoxen sein soll. Höchstens, weil man vielleicht weiß, was der... Äh... Was er gemacht hat. Und wenn man ihn sieht, will man ihn gleich umbringen. Und damit ändert man die Geschichte. Ähm... Sein zukünftiges Selbst ist kein Paradoxen, auf keinen Fall. Kein Mini-Forschung, wie soll das sein. Sein früheres Selbst ja schon. Weil... Dem könnte man ja zum Beispiel... Dem könnte man ja zum Beispiel... Dem könnte man im einfachsten Fall töten. Ähm... Ist man plötzlich Millionär, obwohl man ja... All... Oder... Was auch immer heißt das... Da ist man zumindest reich. Obwohl man nicht reich gestartet ist. So, warte mal. Was ist denn hier so eine Tür? Geht die auf? Natürlich nicht. So, warte mal. Ich bin ein bisschen überfragt, was ich jetzt hier... Oder was ist hier? Ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt hier machen soll. Er hat gesagt, wir sollen Wasser finden. Aber... Hä? Wo sind jetzt die Türen offen? Zumindest da oben ist ja die Tür... Ja? Grün. So, hier war nix. Gehen wir nochmal hier hoch. Ah, okay. Jetzt... Jetzt sind die Türen offen. Wo geht's hier lang? Gibt so eine Tür... Ja, ja. So eine Tür, die man hier offen machen kann. So, wir sollen... Ah, da oben ist Wasser. Okay. Ah, guckst du. Faszinierend. So... So. Okay. Hier ist Wasser, aber das können wir nicht nutzen. Das ist viel... Äh, ein wenig. Nicht... So, guckst du. So, da oben ist blau. Das heißt, wir können jetzt hier mal so ein Oranges ranschmeißen. Und los geht. Hier geht's nicht weiter. So, da oben ist der ganze Schmur entgegen. Hui. Sehr schön. Trifft das? Hm. Hm. Das ist nicht so gut. Da geht's. Ok Ok 1979 Ok Na, komm her Pump Station Alpha So Wollen wir mal ein bisschen Gas geben Opa Hihi Gut Ah Das geht mal Ich kann mal ein bisschen hier einschmieren Irgendwie falsch Ok Und jetzt brauche ich aber wahrscheinlich doch nochmal irgendwo ein Ich glaube wenn ich hier dagegen springe Doch geht Sehr schön Außer dass natürlich dann hier irgendwo Warte mal Kann ich das Ding irgendwo loswerden? Ja, dann kann ich das irgendwo loswerden So und Bitte Hehehe Wup Hehehe Ok Das war so schön Das probieren wir nochmal So Was können wir hier machen? Da ist der Timer abgelaufen Aber Aber Ah, da hinten Ok, da ist der Timer abgelaufen Und das bedeutet an der nächsten Stelle geht es hier Äh Quatsch In der nächsten Folge geht es hier an dieser Stelle Weiter Ja Also Vielen Dank für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschau So offensichtlich wechseln sich hier bei Fast Stories im Mail Ähm Schwierige Rätsel mit so narrativen Rätseln Aber so erzählenden Sachen wo es eher nicht so darum geht Richtig knackige Kombinationen zu finden Sondern so ein bisschen in der Story voranzukommen Nebenbei noch die ähm die Gesprächsschnipsel von diesen Typen Dessen Namen ich nicht kenne Gabe Johnson ist es ja nicht Ähm Zu hören Und ja, das gefällt mir dieser Mix Finde ich gut Also Da haben sie schon gute Arbeit geleistet Die Macher dieser Mod Und ich kann sie jedem ans Herz legen Und Ansonsten kann ich jedem auch die nächste Folge ans Herz legen Also Wir sehen uns hoffentlich dann Bis dahin Tschüss